Du hast davon gehört, dass man Matrizen transponieren kann und würdest gerne wissen, wie das funktioniert? Kein Problem, bleibt dran. Ich zeige dir das Ganze anhand von der Theorie und anhand von drei kleinen Beispielen, sodass du danach ohne Probleme transponieren kannst und die wichtigsten Begriffe dazu kennst. Mein Name ist Matthias, dieser Kanal hier widmet sich der Hochschulmathematik, insbesondere Ingenieursmathematik. Wenn du Freuden dran hast und gerne noch weitere Videos von uns sehen möchtest, dann abonniere uns gerne einmal und schau einfach, wie es weitergeht und wir stellen jetzt direkt das Video vor. Vielen Dank, los geht's! Zunächst erstmal haben wir die Situation, dass wir eine Matrix transponieren. Da schreiben wir an eine klassische Matrix, an Matrix A, ein T ran und dieses T bedeutet sozusagen, dass wir diesen Transpositionsoperator einmal ausführen. Wie muss man sich das Ganze jetzt vorstellen? Im Prinzip ist die Idee der Transposition die folgende. Wenn ich eine Matrix habe, da stehen ja ziemlich viele Einträge drin. Da stehen insbesondere auch Zeilen drin, wie zum Beispiel die Zeile Z1, Z2 und so weiter bis Zeile Zn. Und wenn ich jetzt die Transposition darauf anwende, dann passiert nichts anderes als folgendes, dass ich nämlich die Zeilen jeweils als Spalten verarbeite. Das heißt, aus der Zeile 1 wird hier eine Zeile 1 in Spaltenform, dann die Zeile 2 und dann geht das Ganze weiter bis zur Zeile N. Das heißt, aus Zeilen werden Spalten, entsprechend aus Spalten werden Zeilen. Wie sieht das Ganze nun in der Praxis einmal aus? Schauen wir uns das Ganze einmal an. Da sehen wir also eine Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten und wir wollen diese Matrix einmal transponieren. Und dann machen wir folgendes. Wir legen einfach ein ein Schema an und schreiben die erste Zeile als Spalte rein und die zweite ebenfalls 0,1, minus 2 und sind im Prinzip schon fertig. Wie sieht das Ganze jetzt bei Vektoren aus? Wenn ich jetzt einen Vektor wie diesen hier habe, einen Spaltenvektor und ich möchte den sozusagen transponieren, habe ich ja nur noch eine Spalte drinstehen. Die wird zu einer Zeile und ich erhalte demnach einen Zeilenvektor. Zeilenvektoren werden meistens an der Stelle mit einem Semikolon abgekürzt. Das heißt, man hat dann Trennzeichen mit drin. Und schließlich gibt es noch diese Möglichkeit, dass ich eine Matrix vorliegen habe, wie diese hier. Und wenn ich da Zeilen und Spalten tausche, schreibe ich jetzt also meine Zeilen als Spalten da wieder rein. Eins, zwei, drei und dann sehe ich auf einmal, oh, die sieht ja gleich aus. Gut, wenn das passiert und die Zeilen sind gleich, dann habe ich eine besondere Eigenschaft erwischt. Und diese besondere Eigenschaft, die hat auch einen eigenen Namen. Wahrscheinlich kommt es dir bereits, ich sag mal, aus dem bloßen Hingucken heraus schon so ein Stückchen bekannt vor, welchen Namen das haben dürfte. Wenn du hier diese Hauptdiagonale betrachtest, siehst du links und rechts, wie sich da links und rechts von der Hauptdiagonale genau dieselben Zahlen befinden. Das heißt, ich habe sozusagen sowas wie eine Symmetrie da drin. Tatsächlich heißt die Matrix A auch symmetrisch, genau dann, wenn A transponiert gleich A. Das heißt, Symmetrie liegt vor, wenn die Transposition nichts verändert. In dem Sinne, wenn du noch weitere Videos von uns gerne sehen möchtest, da kommt noch eine Playlist rund ums Thema lineare Algebra. Und wenn du uns gern einfach noch weiter sehen möchtest und weitere Fragen hast, die du gern beantworten haben möchtest, dann schreib uns ruhig einen Kommentar und abonniere unseren Kanal. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal.